Hi, ich bin Ian Holloway und heute gebe ich euch einen Tipp für längere Drives und jeder will einen langeren Ball spielen. Die meisten Leute, dass ich sehe, wenn ihr dann hier im Aufschwung hinkommt, die Sequenz ist nicht so gut und der Oberkörper hier neigt zu weit nach links und das bedeutet, dass der Schläger zu steil an den Ball kommt. Das produziert in einem Ballflug, das mehr links nach rechts ist und viel Spin hat. Dagegen müssen wir sowas machen. Erstmal checkt die Ansprechposition, dass hier der Ball ist weit vorne und ich habe das Gefühl, dass ich den Ball relativ hoch in die Luft launchen kann. Hier habe ich dann ein bisschen Neigung nach rechts und wenn ich aushole, ich halte diese Neigung und auf jeden Fall, wenn ich runter schwinge hier in meinen Abschwung, ich verlage mein Gewicht und diese Neigung bleibt oder bekommt noch mehr. Hier fange ich an, hier aus dem Boden zu drucken, das linke Bein fängt an zu strecken und mein Oberkörper neigt da ein bisschen mehr nach hinten. Das produktiert dann dieser flachere Eintreffwinkel. Man kann hier ein paar Schläge nur einfach so machen, so hier in dieser Position Finish machen, sodass die Hüfte vorne sind, die Oberkörper ist nach hinten und mit dem Ball ganz normal würde das so aussehen. Und diesen Tipp würde die Eintreffwinkel ein bisschen flacher bringen und würde dann ein mehr draw mäßiger Bauflug produzieren.